So, die kleinen Mini-Hubschrauber waren glaube ich noch attraktiv. Mini-Golf nicht, aber wir die haben. Was ist das denn? Ach so, doch 13. Ich bin nur falsch rum ey. Ja, ja. Hier hinten auch nicht. Ich bin nur falsch. Ich bin nur falsch. Ich bin nur falsch rum. 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 die müsste eigentlich so wie es beim alten war eigentlich gleich mal richtig hervorheben ein schwingende schwingende ach das ist phoenix etc 8.700 ja ja solche ähnlichen überlegungen hatte ich ja im vorigen park auch schon und aus den gleichen gründen dann auch nicht weiter verfolgt also erst mal warten immer noch nichts hier anders t-shirt noch keine hüte hüte bringen ja auch schön geld halt hier wollte ich hin diese diese hubschraube da fahren die doch immer gerne mit was habe ich jetzt da ist ja alles schluss 2300 was habe ich denn gelesen 2240 oder so was gelesen 2397 so süß ja ist ja süß gemacht für die augen für die augen ach so und da startet unser weg was ist das denn was hat er denn da immer was ist denn da los warum das kapiere ich jetzt nicht hatte da das muss ich hier senken oder was was war ich das blicke ich hier noch nicht durch was was ist, aber das ist der Ausgang. Hier ist der Eingang, oder was? Was haben sie denn da gebaut? Was ist der Hauptanschluss, oder was? Ach, weg! Was haben sie hier mit den vorgefertigten Wegen? Ist das auf der Strecke geblieben? Ja, das ist natürlich blöd, wenn die... Das ist wahrscheinlich nur für Ebenen und Untergrund gedacht gewesen. Und wenn dann die Zugangswege unterbrochen werden, dann ist die eigentliche Idee ja gar nicht mehr ausführbar. Das ist natürlich schade. Schade, schade, schade. Niedlich sah das ja aus. Gebe ich ehrlich zu. So. 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 Unsere Low-Level-Ecke sollte doch jetzt gute Beiträge leisten, oder? Oh, da sind ja gar nicht so richtig... ...gehen die Leute da jetzt schon gar nicht mehr so richtig hin. Was habe ich hier? Was? Achso, die Schippe. Na ja, dann komm her. Was erledigt ist, ist erledigt. So, die haben wir, die haben wir. Rutsche. Irgendwo richtig. Ach, Zirkus, wartet auf Fahrgäste, ja. Ist natürlich ein Witz mit 20 Cent und so, wenn du überlegst, dass da... ...dass die Dings ja auch Geld brauchen, die Tiere. Äh, die Tiere brauchen kein Geld, aber die brauchen Futter und dafür brauchen wir das Geld so. Ja. So, und die hier. Erstmal 1 Euro. Na, da guck ich an, was da jetzt zusammengekommen ist und Geld... Das ist dann wahrscheinlich wirklich kein... ...keiner mehr mitgefahren, wir haben es ja nicht mitgekriegt. Scheiße, das wollte ich nicht. Jetzt schon die kleine... ...kleine Dings da bauen. Mit dem Garten und so. Das hat mir schon gefallen. Da. Ja, das ist... ...dass. Und ich weiß, was das funktioniert, auch noch nicht. Du bist nicht nur auf, was du hast. Ich weiß, was duraste. Dämlich. Ja. Dämmlich. Du bist permitir. Du bist auch. Du bist. Oh, wir bauen hier richtig geile Sachen während wir es bauen hier. Ach, ist schon wieder weg. Na, dann lass doch mal schnell. Schnell lesen, was da ich vom Twist. Ja, Twist kommt auch gleich. Oh. Achso, ne Quatsch. Gerade, wir brauchen noch Geld. Enterprise. Das coole Ding. Ja, wir haben hier rum, du. Ach, da. Schlauchboot-Gleitbahn. Was, ich habe sieben. Und Topka ist 20. Das ist ja schön. Oh, das ist die Mose jetzt. Ja, Mose jetzt aber. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Was wollen wir? Ja, Twist. 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 Ja, wie gesagt. Es war bloß low level, aber... Es war bloß. Es war bloß. Ich hatte das nicht mehr. Dann baue ich den Twist dahin. Achtet ihr den Kino auch jetzt inzwischen, dann kommt die ja hier hin, so. Achtet ihr den Kino auch jetzt? Ja, jetzt wird es aber langsam reichlich, wa? Ja, ich lasse mich erstmal bauen, dann können wir insgesamt abschöpfen. Abschöpfen. So. So, wenigstens ein Führungsegaler. So, dann so. 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 So.